So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Wir sind auf dem Weg nach Seattle, um Augustine zurückzuholen, beziehungsweise uns ihre Mächte, ihre Kräfte zu gemächtigen, so rum. Wir haben hier eine Straßensperre erkannt, die uns den Weg, wie der Name schon sagt, versperrt und dadurch müssen wir zu Fuß weiter. Oh, so vieles zu spät ist immer gut, damit er voll neue Power bekommt. Natürlich. Jawoll. So, mit R-2-Rauchschuss. Bam. Oh, ja. Auf jeden Fall neu und besser. Der Sin, das ist nicht besser, aber... Wie Barney schon immer sagt, neu ist immer besser. Wir brauchen keine neuen. Was glaubst du, Augustine wartet und ruht sich aus? Ich muss stärker werden, wenn ich gegen die Betonkönigin antreten will. Hey, ich hoffe, das musst du nicht. Natürlich muss ich das. Hör mal, es gibt vielleicht auch noch einen anderen Weg zu Augustine. Welchen anderen Weg? Welchen anderen Weg? Ich habe einen Hatter-Takt in Seattle, okay? Auch bei der Polizei. Nein, 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 nein. Das ist nicht der Punkt, an dem Reggie auftaucht und alles in Ordnung bringt. Das ist nicht dein Problem, Reggie. Sondern meins! Das mache ich, das ist jetzt eigentlich scheißegal. Perfekt. Du willst jemandem helfen? Los, rette die Jungfrau in Nöten. Aber... Los, rette sie. Okay, gut. Wir gehen beide in. Oh, nein, 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 nein. Du spielst den Supercop, okay? Ich komme nach so in einer Minute. Okay, aber geh ja nicht weg. Nö, nö. Dann fängt mir zwingend fast bloß nichts an. Ich fasse jetzt alles an. Alles klar, fasse ich mal alles an. Aha. Gut zuerst, kleiner Kerl. Hey, das brauche ich noch. Keine Energie mehr. Willst du mich verarschen, du Penne? Okay. Ja, danach könnte ich wirklich süchtig werden. Dann tun wir hier ein bisschen Rauch entziehen. Und fertig. Jawohl. Das müsste funktionieren. Ha. Hippidi, hap, 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 hap. Und wieder ein bisschen mehr Scherben. Immer her mit. So, wie viel? Drei von vier habe ich schon. Da ist die letzte. Ba, hier. Zack. Hey, Darnson, ich brauche dich hier oben. Alter, du glaubst dem Leben nicht, was das für ein Piepen war. Komm einfach her, okay? Okay. Hier steckt ein Bus voller Hilfsarbeiter fest. Das ist scheiße. Ich wollte, dass Sie den Bus verlassen, aber Sie wollen die Medikamente auf dem Dach hin zurücklassen. Na, wo bist du da? Sag Ihnen, Sie sollen durchhalten. Ich hole den Bus da raus. Darnson, ich weiß, was du denkst. Tu es nicht. Doch, 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 doch. Ich habe keinen Schwamm Quadro-Kopter erlebt. Ich kann wohl einen Bus ausgraben. Äh. Das dauert ja ewig. Das muss auch schneller gehen. Drücken Sie Optionen, um ins Kräfte-Upgrade-Menü zu kommen. Kräfte. Drücken Sie X, um Asche-Explosion aufzurüsten. Ja, gut. Next Upgrade. Halten Sie er zu gedrückt, um einen starken, alles klar. Nicht aufzuhalten. Jawohl. Sehr geil. Gucken, ob man das in Brand stecken kann, da das wieder Kraft bekommt. Höh. Tatsächlich. Alles klar. Ich lange nicht wissen, wie der Hase läuft. Der Rest der Strecke ist frei. Es wird Zeit, das Ding nach Seattle zu fahren. Aha. Wir haben sie befreit. Oh, das ist ein iPhone. Das ist ein iPhone. Von der Dicke her schon, ne? Hey, Reddy, mach auf. Na los. Aber das kann doch nicht wahr sein. Also, 50.1 sieht aus wie ein Samsung. Das ist jetzt die Frage. Das ist kein Problem. Einige der Leute im Bus haben gesehen, wie du mit deinen Superkräften den Weg freigehörst. Geil. Geil. Scheiße. Scheiße. Ich brauche doch keine Angst zu haben. Hallo, ich bin ein Superheld. Besonders beliebt. Und jetzt gehöre ich nicht mehr zu den Cheerleadern und sitze hinten im Schulbus. Nein, sieben. Sie wollen dich gar nicht im Bus. Danke. Sie wollen dich nicht hier drin. Sie sagen, wenn du reinkommst, steigen sie aus. Dann sollen sie halt laufen. Mir doch egal. Glaubst du, dass mich diese Tür hier auffällt? Das tust du nicht. Ist das klar? Diese Leute haben noch nie so was wie dich gesehen. Sie haben Angst. Okay? Und ich verstehe sie. Ach jo. Oh, Mann. Sir, nur noch eine Sekunde. Hey, lass mich sie über die Brücke bringen. Dann komme ich dir an. Oh, Mann. Okay? Das dauert höchstens fünf Minuten. Komm schon, Mann. Ich kann dich nicht im Bus lassen. Dann laufe ich halt. Ist doch schnippe. Ich bin der Käse. Ich bin der King. Niemand kann mich aufhalten. So. Hoho. Pass auf, schalt das GPS an deinem Handy an, falls wir uns verlieren. Oh, du meinst so wie jetzt. Kräfte sammeln. Zack, 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 zack. Ich brauche mehr Power. So ist gut. Ha, ha, ha. Was ist denn das hier? Was geht denn hier ab? Alter. Ein Schwert. Da steckt ein Schwert im Auto. Oh, Mann. Was? Stilllegung der Brücke? Das ist aber nicht gut. Sinnvollen Hinweis. Gertzern, ich hab die Arbeit darüber gebracht. Das DOP die Brücke räumt. Komm dich holen also. Reggie. Hörst du mich? Was ist da los? Was ist da passiert? Hallo? Das ist was durch. Ja. Was ist das? Hey, hey. Brauch dir Hilfe, Leute. Oh Mist. Ein Bioterrorist. Hey. Das ist einer von diesen Freaks. Ah, ha. Oh, oh, oh. Nein, 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 nein. Au. Aua. Autsch. Das muss so wehgetan haben. So wie er aussieht, ähnlich. Schnellheilungssache wird noch echt nützlich sein. Sollte wir jetzt ein paar Leute ausschalten? BAB! Alter. Junge, du hast die falsche Richtung geschossen. Ich bin hier. Ich bin nur durch den Tunnel. BABABABABABABABABABAB. Deko. Ihr kleinen Pizze. BABABABAB. Ich bin unbesiegbar. Unbesiegbar. Auf dich zu wehren. BABABABABAB. BABABABAB. Aha. Okay, okay. Ich gebe auf. Du mir nichts weh. Aha. Okay. Jetzt kann... Ah, ich kann also jetzt... Gutes oder böses Karma erhalten. Ich denke mal, gut ist... Wir sind nicht alle Monster. Sag's weiter. Schön. Jetzt geht's weiter. Oh scheiße. Oh shit. Deckung! Verdammt. Was war das denn gerade? Reggie? Oh man, antworte doch! Hallo Leute. Wow. Oh mein Gott. Das war eine Brücke? Ah ha. Ja, die Brücke war auch mal stabiler. Ich glaube, nach Uptown geht's ja auch nicht mehr. Eher nach Downtown. Wortspiele. Eieiei. Immer diese Wortspiele. Da muss ich jetzt rüber. Alles klar. Ich komme, Reggie. Uuuh. Baf. Ich bin der King. Ich bin der Case. Oh, da ist nochmal so ein Kraft Terminal. Kernrede. Was sagt man? Ja, gib's mir. Oh, der Schleudersitzer. Ehe. Versuchen wir's. Alles klar. Da rauf. Cool. Oh oh. Hoch. Und aufs Auto und hoch. Und rüber. Das ist eine tolle Kombination hier. Echt cool. Oh, noch eins. Gib mir mehr Power. Gib mir mehr Power. Vor Schmahls. Jawoll. Das können wir auch. Ah. Das ist der Schwebe-Mann. Oh, der wird. Das ist mein Player. Der macht immer Musik, wenn jemand anruft, glaube ich. Was höre ich da, dass du und dein Bruder nach Siertel wollen? Das passt gerade nicht so gut, Betty. Okay. Aber pass auf dich auf. Die Kombination ist natürlich cool aus den ganzen Moves hier. Komm schon echt vor wie so der absolute Super-Käse. Wow, 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 wow. Alter, was geht hier ab? Aufs Auto, schneller, wir müssen den Match hier erreichen. Er ist gleich什麼. Hei, leute, leute. Autos bleiben immer schön weg und schräg rennen. Ich habe mir eine Tür entgegengeflogen. Verdammt. Da ist der Booster! Da ist er! Da ist er! Da war er! Verdammt! Ist er was da hinten? Hängt er rum? Ich glaub's nicht. Ich komme, Wetschi! Okay, okay, okay. Na komm schon. Der Wurfarm. Hm. Wow. Offenbar hast du sie im Griff, deine neuen Symptome. Genau Symptome, ja. Das ist eine Krankheit. Ich habe... Ich bin Raucher. Wirklich? Kein Nachteil? Was ist mit diesen bewaffneten Typen dort, die dir wehtun wollen? Und zwar liebend gern. Ist das ein Nachteil? Die werden kaputt gemacht. Okay. Nach allem, was wir wissen, könnten wir dich durch ihren Sicherheitsbereich schleusen. Du bist ja kein... normaler... Du normal bist? Nein. Nein. Nicht wenn du mit normal. Die Leute meinst, die sie wie Versuchskaninchen zusammentreiben. Nein, Reggie, ich bin nicht normal. Ich weiß. Hast du mich auf der Brücke gesehen? Wir schaffen diese Töten. Ja. Da liegt wieder, ich bin total motiviert und voller Elan. Dann wird es viel einfacher durch die Stadt zu kommen. Okay. Gut. Wir machen es auf deine Art. Ganz subtil. Ja, ja. Dazu versprich mir, dass du da vorne gleich cool bleibst. Natürlich. Mein Spitzname war mal Mr. Cool. Das ist niemals dein Spitzname gewesen. Niemals. Machst du dir darum echt einen Kopf? Diese D.O.P. Typen haben vielleicht... Warum rennen die alle so schnell und nicht so langsam, verdammt? Wie die natürlichen Bioteros. Kann ich mal springen? Das ist doch so eine Teilanimation, hä? Glaub ich mal. Okay. Gerade hast du meinen Seattle-Urlaub offiziell ruiniert. Wie lange war ich gleich weggetreten? Eine Woche. Wow. Dann hat das D.O.P. das alles in nur... Jupp. Die waren echt fleißig. Das ist natürlich richtig fies, man. So. Warum ist das jetzt noch rein aufgegangen? Das ist dann eben nicht wieder hin. Vielleicht kriege ich Zugriff auf die Polizeidatenbanken. In der Zwischenzeit hättest du dich aber bitte bedeckt. Könnte sie erschrecken, wenn ich mit einem Bioterroristen auftauche. Mr. Boss. Ja, ist klar. Kann ich auch. Warum darf ich nicht? Ich will auch durch. Ich bin Polizist. Nur für. Ja, der Bus. Ja, mit zu seinen Freunden. Oh man. Ich stehe schon da wie so ein übeler Sprinder. Kurz vorm Totalabdrehen. Macht jetzt endlich das auf. Ich will auch hier durch. Ich will. Ich will. Ich will. Ich will. The city. Düdli. Düdli. So. Alles klar. So jetzt. Ah. Da. Klasse. Meine Batterie ist fast leer. Das ist aber schön. Unabhängig. Schuss. Hm. Oberster Conduit. Wollt ihr mich verarschen? Warum bin ich ein Oberster? Ich bin ein kleiner verschissener Minisprayer. Lass meinen Bruder in Ruhe, kleine Hunde-Söhne... Alter... Hat der grad den Typen erschossen? Ich glaub's nicht. ich Mufo nach der Stadt die Geburtstunde ich bin so mächtig Ihr habt keine Ahnung, was hier abgeht. Guck mal, sie nehmen zu viel Schaden. Ich heile hier die ganze Zeit die Leute und ich schieße alles weiter auf mich drauf, die Bastard. Oh, verdammt. Die Schnellheilung versagt, das ist nicht gut. Was ist das? Was kann ich da machen? Hey. Oh, Verdächtige gerettet. Oh, das war schön. Aller raus mit euch, kommt schon. Noch ein bisschen Party-Stimmung und jetzt wird der Typ da oben geholt. Den tue ich jetzt sowas von weggerotzen, den Bastard. Oder die Bastarde. Eigentlich reicht es, wenn ich den hier wegrotze. Achtung. Und. Auf Wiedersehen. So. Na? Hä? Hä? Wer ist hier der Boss? Wie du gesagt hast, ich halte mich bedeckt. Halt dich weiterhin bedeckt. Ich rufe an, wenn ich was habe. Wer ist hier der Boss? Da holen wir uns ja noch so einen Scharfschütze, so einen Elender. Den holen wir auch gerade mal runter. Tschüss. Rennen, warte ich. Komm in Frieden. So. Ist klar, niedriger Energie. Ich habe gar keine Rauchenergie mehr, man. Ich brauche ein Auto. Oder irgendwas, was brennt. Irgendwas bei dem Schrauch entziehen kann. Geschmeidig bleibe. Oh, das sind so komische. Das stimmt's, Dinger. Heyho, heyho. Da oben ist Qualm. Das sieht gut aus. Höh. Free Climber. Free Climber. Und schon klingelt sie dann aus. Ich könnte wieder ausrasten. Free Climber. Hoh. Guck dir das an. Der Typ ist ja... Ich muss mal den... Was? Verteidigern. Okay. Alles klar, du musst da unten... Ah, da unten das Ding muss ich ausschalten. Alles klar. Du musst mal da unten das Frage, ob das so ein Stern... Okay. Eine große, gepanzerte mobile Einheit mit seitlichen Anschlüssen und viel Funkausrüstung auf dem Dach. Das hier ist sein wahrscheinlich. Äh. Alles klar. Alles klar, schalten wir das Ganze mal aus. Macht das Ganze erst in der nächsten Folge. Bis dahin. Macht's gut und haut rein.